Hallo, mein Name ist Andrew Winston Lennon, ich bin ein Büro-Rettler und möchte euch heute auch gegebenenfalls etwas erklären, warum heutzutage keine Beziehung mehr stattfindet. Ich sehe das auch als sehr, sehr wichtigen Anker und sehr, sehr wichtigen Ansatz, was ich das auch mal anspreche. Ich sehe das nicht als Kritikpunkt, ihr Frauen, ich sehe das als Verlucht und Verständnis, warum ich auf dieser Ansicht auch habe. Insess, Masken für die männliche Einsamkeiten, modernische Gesellschaft, die Doologin, verantwortlich. Ich glaube, sie haben alle Recht. Modernivimismus und die sexuelle Revolution sorgen dafür, dass Männer einsam werden oder einsam sind. Und das ist ein wirklich Fakt. Es ist einfach traurig, dass wir heutzutage Männer in dieser Gesellschaft für Dummheiten, dass sie alle einfach keine Beziehung führen können. Es ist ein Schwachsinn, dass man quasi Männer, in denen sie alle in eine Therapie schickt hat, um wieder Frauen zu bekommen. Man tut quasi heutzutage eine Beziehung umstiftet, dass man quasi eine Beziehung bekommt, weil generell Herzlichkeit, Liebe, Mitgefühl, Verständnis für einen da zu sein, das interessiert nicht mehr. Heute ist ja Kohle interessant und andere Dinge, was natürlich wieder in dem Sinn für eine Frau bestimmt wird und für eine Frau wieder gutheißen sollte. Ganz ehrlich, wo sind generell die gerechten Narben? Wo hat der Mann generell noch sein Gehrt? Da muss ich jetzt ganz ehrlich fragen. Und das muss ich jetzt einmal auch so ansprechen. Es ist traurig. Ich mag mich nicht mehr. Diese Gesellschaft ist so dermaßen im Arsch. Und das muss ich jetzt mal sagen. Und die Frauen sind schuld, dass Männer keine Beziehung mehr bekommen in dieser Welt. Das ist Fakt. Seht das wieder als Kritikpunkt? Weil sie haben Normfreiheit. Sie bestimmen in dieser Welt. Und sie entscheiden in dieser Welt. Die Männerwelt hat nichts mehr zu bestimmen. Sie haben nur noch generell das zu tun, was Frauen wollen. Und das ist traurig. Ganz ehrlich. Und ich sage es auch ganz ehrlich. Wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann nicht mehr dumme Männer und Frauen mehr haben, sondern wir werden irgendwann immer weniger Kinder bekommen und zukünftige Menschen mehr haben, weil Frauen die Menschheit zerstört. Nur weil sie generell im Mittelpunkt stehen wollen. Weil sie generell abgehoben sind. Nur weil sie generell sich aufhören mit der Queen. Und das muss dir jetzt endlich mal gesagt werden. Ich bin für Gerechtigkeit. Und natürlich wollte ich genauso wie John Nennon in den 70er Jahren generelle Gleitberechtigung. Und ich fand das auch richtig. Aber mittlerweile sage ich jetzt auch kipp und klar. Bin ich auch der Meinung, man sollte gerechtigte Frauen wieder komplett wegnehmen. Weil die Frauen zerstören die ganzen gesellschaftlichen Männer. Und das ist jetzt Fakt. Und das muss ich jetzt ansprechen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace in Love. Bleibt ruhig. Bleibt gelassener. Und denkt darüber nach. Und ihr seidet in Zukunft oftmals wieder Normalität in den Leben reinbringen. Und nicht abgehoben bleiben. Euer Andrew Winston Lennon. Peace in Love.